Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute hier direkt vom hässlichsten Gebäude der ganzen Stadt, dem Freiwillproberaum. Wir nutzen jetzt die kommenden Minuten, um euch unsere Tourvorbereitung etwas näher zu bringen. Wir werden euch einführen in die perfekte Welt des Jazz, die Freiwillprobe. Wir werden euch einführen in Statements und Aussagen von Tourmanagern, Managern, sonstigen Crewmitgliedern, Technikern und so weiter. Ich hoffe, wir können euch damit das ganze Ding ein bisschen näher bringen und wünschen euch eine Sache, die für uns ganz, ganz wichtig wäre und für uns eigentlich alles bedeutet. Diese Tour Feinde deiner Feinde im November 2012. Seid dabei und zieht euch jetzt das rein, was wir euch zeigen. Eure Band. Los geht's! Die Vorbereitung zu den Touren war schon etwas anders als bei anderen, zumal wir jetzt ja selber Veranstalter sind. Das heißt, wir müssen uns halt um alles selber kümmern, sprich Bühne bis BA, Anlage, alles müssen wir mitbringen. Das heißt, die ganze Technik, alles müssen wir organisieren, ja, koordinieren. Das macht dann der Kai. Ich buche die Konzerte und ich führe sie auch durch. Sprich, ich bin der Booking-Agent und ich bin die Tourleitung und die Produktionsleitung von Freiwill. Sprich, vom ersten Schritt Konzert buchen bis zum letzten Schritt, aus der alle nahen Konzert rausgehen und das koordiniert, das mache ich. Da muss man sich dann erstmal mit allen Beteiligten zusammensetzen, im direkten Meeting und dann erstmal Vorschläge ausarbeiten. Das haben wir gemacht und sind dann schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir halt zehn Konzerte spielen wollen, das Ganze nicht ausüfern lassen wollen, dass wir große Hallen, die größten Hallen und Arenen dieser Republik buchen wollen und dann das halt dann immer mehr ins Detail ausbauen, Produktion angleichen und es ist ja ganz wichtig, dass es eine Schnittstelle gibt und die ist meistens bei mir oder sollte auf jeden Fall bei mir sein. Das heißt, ich kriege gebündelt von den Gewerken halt die Informationen zugesendet und verteile sie dann nach Bedarf. Das heißt, wenn es irgendwie ein neues Büdenlayer auch gibt, dann kriege ich das zugesendet und schicke es dann der Band. Oder anderswo, wenn wir die Band wünschen, zum Lichtdesign, dann schicke ich das dem Licht mal und erarbeitet das dann halt ein und dann gibt es dann halt eine Datenbank, die gepflegt werden muss und die ist von jedem einsehbar. Da sind dann halt die finalen Infos drauf. Meine Aufgaben sind die Beleuchtung und Erleuchtung der Band Freiwild und des Publikums, ein Bühnendesign zu gestalten, das sinnvoll macht, auf Tour zu gehen, ohne dass großer Stress rauskommt für alle Gewerke. Zusammenführung von Pyro und Lichteffekten und eine Menge Spaß haben. Du musst es jetzt so vorstellen, Lichttraverse, dann kommt unterhalb, weil das ist ja alte Lichttraverse, das ist zwei Meter vorderflüge und dieses Pyro-Trass ist eigentlich genau über deinem Kopf. Die Traverse könnte ich auf die ganze Breite, wie er schon sagte, Feinde deiner Feinde. Wir lassen uns Buchstaben ausschlanzen aus, es muss auch wieder Metall sein, weil da oben ist Feuer und Hitze. Und die kann ich dann anleuchten. Wenn ich die anleuchten mit den Lampen von hier vorne, die da dort sind, habe ich genügend. Der Unterschied zwischen Freiwild und anderen Bands ist, dass bei Freiwild das Publikum von der ersten Minute voll da ist. Die Atmosphäre ist besonders gleich. Die Konzerthallen sind größer. Das heißt, je mehr Platz auf der Bühne, desto mehr muss auch gestellt werden. Es muss logistische Truck-Space, Manpower, es sind viele Komponenten. Die müssen alle unter einen Hut gebracht werden und zwar so, dass es das Gefühl einer Live-Show behalten wird, ohne dass es jetzt zu technisch überfordert wird, dass einfach ein naturelles Gefühl da bleibt. Rock'n'Roll ist gerade und direkt. Eine Lichtshow soll gerade und direkt sein. Nur so bleibt am Menschen am meisten hängen, wenn es unkompliziert ist und mit Gefühl gemacht worden ist. Und das ist Freiwild. Freiwild, die Musik ist mit Gefühl, ist nicht kompliziert, ist eingängig. Die Leute haben es im Kopf und genauso soll auch die Show sein. Also es gibt Ticket-Layouts, es gibt Bühnen-Layouts, es gibt Merchandise, es gibt Plakate. Alles, was man sich eben um diese Tour vorstellen kann, gibt es auch. Anzeigen für Magazine, zig Sachen. Also man kann es nicht wirklich so in Minuten oder Stunden ausdrücken, weil sich das wirklich, der Prozess, der erstreckt sich über Wochen oder Monate, in denen verschiedene Sachen gemacht werden. Also da gibt es auch immer wieder Änderungen. Also ich kann das jetzt gerade wirklich nicht in irgendwelche Zahlen fassen. Ich arbeite da insgesamt über ein halbes Jahr, wo wir immer wieder Stück für Stück an den einzelnen Grafiken arbeiten, bis es dann letztendlich so weit ist, dass die Jungs auf die Bühne gehen und der erste Ton der Tour gespielt wird. Ja, also wir haben im März, zusammen mit Krepp, haben wir uns ein Konzept überlegt, beziehungsweise Krepp hat sich das überlegt. Also ein Lichtkonzept hauptsächlich, was hauptsächlich die Band in den Mittelpunkt stellt. Also wir haben jetzt auf eine LED-Band verzichtet, weil das einfach ablenkt von der Band und werden versuchen, die Bühne so oft wie es nur möglich ist, sich verwandeln zu lassen. Also es wird mehr Material mitgehen, es wird mehr Bewegung drin sein als die Jahre zuvor. Es wird sich extrem viel bewegen auf der Bühne, es wird viel Feuer geben, viele verrückte Sachen, viele ausgefallene Sachen, die man jetzt nicht jeden Tag sieht auf irgendeiner Rockshow. Genau, aber immer mit dem Hintergrund, die Band muss im Mittelpunkt stehen. Man muss das natürlich immer auf die ganzen Hallen anpassen. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass da ordentlich viel Material dabei ist, weil die Freiwild-Fans, die sind extrem laut. Das hat mich beim ersten Mal echt erstaunt, dass das Intro läuft, die Band kommt auf die Bühne, die Leute jubeln und man denkt, man hat keine Lautsprecher mehr, weil die Leute so laut sind. Da muss man ein bisschen gucken, dass man da genügend Luft nach oben hat. Ja, also der Kruppel ansteht. Wir haben so diverse Listen geschrieben, was wir von den einzelnen Hallen wollen. Also zum Beispiel schicken wir jetzt einen Zettel nach Hamburg in die Auto-Welt. Wir brauchen dies und dies. Und da wird jetzt gerade im Moment geguckt, wie das umsetzbar ist. Genau, und im Idealfall machen wir das genauso, wie wir es bisher geplant haben. Ja, da muss ich jetzt einfach abwarten, was passiert da in den einzelnen Hallen, was kommt da für Rückmeldungen. Und dann geht's los. Meine Aufgaben sind eigentlich so die allumfassenden Aufgaben. Die ganze, also letztendlich wirklich die Deals abzuschließen dann auch. Die groben Entscheidungen irgendwie mitzutragen. Wirklich auch zu sagen, was wollen wir? Welche Halle wollen wir? Welche Probleme sehen wir da auch? Auch über die Deals zu gucken. Also die ganzen groben Rahmenbedingungen und ich sag jetzt mal alles, was mit dem Strukturellen zu tun hat. Wir sprechen darüber, wie wir das mit der Security hinbekommen. Und wir sprechen darüber, manche Sachen letztendlich, wenn sich irgendwie eine Stadt irgendwie aufregt, das Freiwild da momentan letztendlich hinkommen und irgendeiner einen Brief an die schreibt, was schon öfters mal vorgekommen ist, dass wir mit denen das natürlich auch im Vorfeld klären. Wir schauen, dass es gute Stände gibt, dass es gut organisiert ist und dass die Leute letztendlich möglichst happy dann das Konzert wieder verlassen können. Das sind tausend kleine Punkte natürlich. Im Detail, muss man ganz klar sagen, macht das der Kai, der für uns letztendlich das ganze Booking durchführt. Also er verhandelt dann auch mit der Halle nochmal, bitte besorgt das noch irgendwie, damit wir das auch noch in den Deal mit reinbekommen. Und all diese Sachen bekommt er letztendlich von mir und er führt das dann letztendlich aus. Und ich spreche das natürlich auch mit der Band ab. Die müssen sich ja wohl dabei fühlen und die haben ja auch ein Gefühl für ihre Fans, für ihre Leute, auch für die ganze Crew. Passt es auch? Wollen die das auch? Ziehen die da mit? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass alle wirklich an einem Strang ziehen und alle auch dieselbe Vision haben. Weil in so eine Halle zu gehen, das trägt einfach eine große Verantwortung. Und das müssen wir gerade alle abdeckeln und versuchen wir so gut als möglich in Einklang zu bringen. Die Infrastruktur der O2 World ist schon für ein Konzert dieser Größenordnung optimal. Also ich meine, wie bequem kann es sein, wenn man seinen Lkw quasi in die Halle fahren kann, um da direkt zwei Schritte zu laufen und zu entladen. Ich meine, da haben wir schon ganz andere Konzerte erlebt, wo es halt dann wie ein Maulesel durch die Botanik getobt ist, nur um dein Equipment von A nach B zu kriegen. Also das ist dann schon der Luxus der großen Hallen. Es gibt Gegebenheiten vor Ort, die natürlich eingehalten werden müssen. Man kann ja nicht tun und machen, wie man lustig ist, sondern man muss sich an gewisse Vorgaben natürlich halten. Das ist aber auch klar, weil die Vorgaben sind ja auch zum größten Teil deckungsgleich mit unseren Vorgaben. Sei es nun in puncto Security oder Sicherheit oder was weiß ich. Also das ist ja nicht weit entfernt von dem, was wir machen. Wir sind ja kein Wanderzirkus, der irgendwo meint, jetzt hier schlage ich mal mein Zelt auf. Sondern wir haben das ja schon durchaus durchstrukturiert, wie wir unsere Veranstaltung planen möchten. Und das ist auch angeglichen an die Vorstellung der jeweiligen Hallen. Aber das muss natürlich jetzt alles noch koordiniert werden. Also das ganze Logistische, der Rahmen steht, jetzt muss irgendwo das zweckmäßig alles zusammengeführt werden. Jetzt muss diese ganzen wirren Gedanken, die auf irgendwelchen Wolken jetzt mal gesponnen worden sind, die wirklich phänomenal und riesig sind, die müssen jetzt alle mal in tellerbunte Knete zusammengewürfelt werden. Und da muss dann eine Figur draus gemacht werden. Und da sind wir jetzt gerade bei. Freiwild ist ja eigentlich so der Auftakt zur wirklich heißen Phase. Und der Vorverkauf lief ja von Anfang an klasse. Also wir freuen uns super auf das Konzert. Zieh mit den Göttern, zieh mit den Göttern, wir sehen uns wieder irgendwann. Nimm dir den schönsten Klassenwirbel, hast ihn verdient dein Leben lang. Ich mache die Band an irgendwo oder vor allem höre ich mir die Songs an, die Texte. Was passiert da überhaupt, was passt dazu pyrotechnisch? So ist das erstmal so meine Vorgehen. Also dann schlage ich denen das vor, anhand von kleinen Videosequenzen, Animationen oder Bildern. Und wenn die sagen, geht das geil aus, das würde uns gefallen, dann setze ich das um in die Größe auf einsparen der Band. Und so mache ich das eigentlich in jeder Band. Also für mich ist schon entscheidend, was passiert da überhaupt. Was machen die, dass das schon ein bisschen stimmig ist mit Musik und dem eigentlichen Effekt. Also es macht keinen Sinn, wenn die Bühne brennt und die singen, wir sind irgendwo im Wasser. Also das macht keinen Sinn, das muss schon irgendwie ein bisschen passen. Und so entstehen dann letztendlich die Effekte. Oder die Ideen zu den Effekten, die Effekte noch nicht, aber erstmal die Grundidee. Und dann wird es erst gebaut. Das ist schon eine kreative Arbeit erstmal, bevor es überhaupt zu einem eigentlichen Effekt kommt. Die Sachen gibt es gar nicht im Markt, die müssen wir erstmal bauen, zulassen. Aber so läuft das ab. Es ist immer in Abfahrung mit der Band drin. In Ideenfindung mit der Band ist es schon ein gemeinsames Zusammenfinden dann. Die spielen ja in großen Hallen diesmal. Also die haben ja schon große Hallen gebucht. Und die haben ja auch bestimmte Vorstellungen, was es sein und was passieren soll. Und das ist schon ein ziemlicher Aufwand verbunden mit Vorbereitungen. Abklärung von den behördlichen Genehmigungen und solche Geschichten, die da im Vorfeld abzuklären sind. Das ist schon aufwendig. Es muss ja immer was anderes sein. Jeder will ja nicht das, was die andere Band schon hatte. Möglichst nicht. Also es muss anders aussehen. Und das ist eben schwierig. Aber das ist halt so, das ist ja der Reiz an der Bühne. Deswegen machen wir den Job. Sonst wäre ich Elektriker gefliegt. So bist du, so würdest bleiben. Der sture Kopf bleibt bestehen. Niemand lacht, als zu weinen. Und niemand kann dich eh verdrehen. Das bist du. Das bist du. Deshalb bei vielen unbeliebt. Oft bekriegt. Doch nie besiegt. Ja, der Eindruck bis jetzt zu der bisherigen Vorbereitung ist eigentlich sehr positiv. Also die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen und bis zum finalen Punkt wird alles fix und fertig stehen. Also davon sind wir überzeugt. Wir kriegen das schon hin. Ja, ein großes Highlight für uns und hoffentlich auch für euch sind natürlich unsere Vorbands auch. Also Gonzo und Spitfire. Die werden euch von Anfang an richtig den Arsch versohlen und euch richtig heiß einstimmen auf unsere Show. Freut euch darauf. Wir sind jetzt schon am Proben für die Tour. Das Set steht quasi fast schon. Jetzt werden noch Feinheiten ausgearbeitet. Einfach damit man wirklich 100% sicher sein kann, was auf der Bühne passiert. Es ist für uns was ganz Besonderes, auf so einer riesen Bühne spielen zu dürfen vor 10.000, 15.000 Leuten. Und wir freuen uns da wahnsinnig drauf, eine klassische Drei-Mann-Rock'n'Roll-Show abliefern zu dürfen auf so einer großen Bühne. Und wir freuen uns darauf, mit der Band jetzt, wir haben ja alle schon ein bisschen mehr Live-Erfahrung gesammelt in den Bands davor, aber mit der Band haben wir jetzt relativ kleine Shows gespielt. Deswegen freuen wir uns natürlich wahnsinnig auf diese riesen Arena-Tour. Ich freue mich besonders auf die ausverkauften großen Hallen, auf die ganze Aktion drumherum. Freunde unterwegs. Wir kennen uns ja seit geraumer Zeit, arbeiten auch schon seit geraumer Zeit zusammen. Und es ist einfach nur eine logische Konsequenz gewesen, mal zusammen auch eine Tour durchzuziehen. Außerdem finde ich auch, dass die momentan heißeste Band im Deutschrock, die momentan wahrscheinlich heißeste Nachwuchs-Band mit Speedfire und meine Wenigkeit zusammen auf Tour gehen können. Bei uns erwartet den Fan also sozusagen ein Best-of-Programm. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich eine Stunde zu spielen haben, das ist noch nicht hundertprozentig abgesprochen. Die werden wir vollpacken, von vorne bis hinten, mit den besten Songs aus allen Jahren. Ich erwarte mir echt einen heißen Herbst, weil diese Zusammenstellung auch, was die Songs betrifft, was die Geschichte der Musik betrifft, die wir repräsentieren, ist natürlich bis jetzt einmalig, ist vorher noch nie da gewesen. Es erwartet den Fan einfach, finde ich, auf der ganzen Tour eine riesen Party. Also ich muss mir das ganz ehrlich vorstellen, wenn ich auf das Konzert gehen würde, von Anfang bis Ende durchsingen und durchfeiern. Ich bin mal gespannt, wie sich die Leute nachher aus der Halle rausschleppen. Das kann zu Dramen führen, Übernachtungen vor den Hallen und was weiß ich. Hoffen wir, dass es ein nicht so kalter November wird dieses Jahr. Alles was drum herum passiert, wie gesagt, kriegen wir nur so am Rande mit, zwischen den Bühnenbildern. Schlosser, Schmiede, Elektriker, die legen sich da ins Zeug zwischen Grafikern, Videoleuten und allem, was sonst noch dazugehört. Der Fleiß ist da und es läuft eigentlich alles mehr als gut. Jetzt liegt es eigentlich an uns, die Songs zu proben und eine fette Bühnenpräsenz abzuliefern. Und der Preis ist letzten Endes eine gute Show für jeden Einzelnen. Und in erster Linie für uns, denn auch das ist für uns wieder mal so ein Steckenpferd, das ganz, ganz vorne liegt für uns. Wir werden heute anfangen, uns den neuen Songs zu widmen. Das muss man sich auch ein bisschen so vorstellen, dass sie die Songs zwar vorher geprobt haben, jetzt aber mittlerweile wirklich überhaupt nicht mehr wissen, wie sie gehen. Und diesbezüglich, glaube ich, erwarten uns einige Stunden, bis das neue Set passt. Und warum wir so selten im Proberaum waren jetzt, das spricht für sich. Wir waren jetzt auf Tour und da ist eigentlich jedes Konzert die beste Probe, die man haben kann, würde ich sagen. Oder? Ja, wir haben ja schon letztes Jahr bei der Quizmas-Tour hatten wir ja schon einige größere Hallen Deutschlands. Da haben wir mal gesagt, wir testen es einfach mal aus, ob wir die voll kriegen. Und ja, Resonanz, wie ihr gesehen habt, war eigentlich großartig. Und von dem her, der nächste Schritt war eigentlich der, eine große Arena-Tour zu machen. Und die findet ihr jetzt bei einer Feinde deiner Feinde-Tour im November statt. Freut euch noch auf! Wir sind da drüben ein ganz billiges Nischpult. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben hier über die Anlage sage und schreibe vier Dinge zu PTT. Das sind eins, zwei, drei Mikros und das Mikrofonförder. Der ganze Rest kommt eigentlich über die Amps und Schlagzeug ist laut genug, muss nicht verstärkt werden. Einen Kanal mehr noch brauchen wir auch. Und zwar entweder zum Abspielen des Klicks, weil man muss ja auch irgendwie im Timing bleiben. Und das erleichtert halt ganz, ganz viel hinterher beim eventuellen Videoschnitt. Und heute machen wir es komplett anders. Wir werden einfach mal ganz am Anfang die Songs direkt aus dem Rechner rausjagen, um dann ein bisschen uns reinzurufen und danach hinterher läuft dann nur mehr der Klick. So wird das jetzt passieren. Das wird das jetzt passieren. Steh' durch die Kopie, wir sind die letzte Reihe Schein' alleine vor der Freude Durch den Lass und den Schloss Kam' ich in der Front, als hat der Hülle auf dem Bach noch Denk' die Anzeh' dabei, als ist das Freude Und vom Feuerwerk immer vor dem Fall Das ist heute Und wir sind wieder So, 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 so Weil wir endlich von dir Weil wir endlich von dir Herr Kameramann hat die Schuld, wenn es nicht ganz perfekt war Nach diesem kurzen Einblick in eine typische Freiwillprobe Die so hochprofessionell abläuft Unfassbar eigentlich Ähm, werden wir uns jetzt Den wichtigsten Fragen stellen bezüglich der Tour Und zwar geht's um die Etlichen E-Mails, die uns erreichen Und wir fangen an und beantworten euch einfach Diese Fragen Momentan sieht es danach aus, dass die Tour ausverkauft wird Das heißt, wenn ihr noch eine braucht, holt sie euch jetzt Sonst Steht ihr vor verschlossenen Türen? Richtig! Also wir würden jedem empfehlen, eine Erwachsene Begleitperson mitzubringen Also wir würden jedem empfehlen, eine Erwachsene Begleitperson mitzubringen Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Ganze somit problemloser über die Bühne läuft Bezüglich Event Team Tickets gibt es die Möglichkeit, die bei jeder Veranstaltung abends umzudarschenden Hardtickets Somit hat jeder sein Souvenir bzw. sein extra geiles Ticket für zu Hause später als Souvenir Darauf haben wir Wert gelegt Die erste Sache Wir empfehlen eindringlich schwächer gebauten Menschen Nicht unbedingt sich ganz ganz vorne in die Bogomasse zu stellen Man fällt einfach hin Vielleicht tritt jemand auf dich drauf Und ich würde es halt nicht machen Ganz ehrlich, also sucht euch lieber einen Sitzplatz Oder von mir aus bleibt weiter hinten Oder an der Seite Aber ihr werdet es merken Dass ich da ziemlich schnell so Bogo-Kreise auftun Und wenn du da mal drin bist Dann kann man sich sehr schnell verletzen Das will keiner und das braucht keiner Soll Spaß dran haben Und nicht irgendwie im Krankenwagen weggebracht werden Das ist das Erste Das Zweite natürlich, was nicht unbedingt sehr sinnvoll ist Sich vorm Konzert schon so dermaßen zu besaufen Dass man sich drinnen irgendwo nicht mehr wohlfühlen kann Oder nur mehr rumliegt Denn auch da kann Gefahr lauern Ich meine, das sind Hallen mit stellenweise 17.000, 18.000 Leuten Und man fällt halt relativ wenig auf Wenn man flach am Boden liegt Das muss man wirklich in Betracht ziehen Das nächste ist Wenn man ein Hörgerät hat Und man hat das auf 10 offen Also in der Volumenskala Weil man denkt Man braucht so laut Dann sollte man nicht direkt im Kopf vorne an den Boxen hängen Das bringt nichts Ist sehr laut Irgendwo wird es die Ohren noch mehr schädig Und wir haften nicht dafür Also die lautstärken Regelungen Die sind glaube ich Die Gesetze sind sehr straight in Deutschland Und Aber wenn du vorne dran denkst Du musst mit dem Ohr rankommen An die Boxen Das ist scheiße Muss man nicht Das nächste Die Schuhe Ganz ganz viele Schuhe bleiben liegen In den Konzerten Ich würde jetzt nicht unbedingt mit Flipflops Auf die Show kommen Nein Oder zur Show kommen Jesuslatschen Muss man auch nicht anziehen Keine Ballerinas Ja keine 48 Loch Springer Muss auch nicht sein Aber die verliert man wahrscheinlich nicht so leicht Also das ist auch was was man sagen kann Das nächste Zum ganz wichtigen Thema Damit es da von vornherein Klarheit gibt Also Die Securities Und auch wir Jeder Der diesem Fest bei wohnt Scheißt auf Jedes einzelne Polizsymbol Egal von welcher Richtung Also von vornherein Wir sagen es euch klipp und klar Kommt gar nicht erst hin Ihr fliegt sowieso raus Oder kommt gar nicht rein Also das ist kein Schauplatz Für irgendwas Sondern ein ganz normales Rockkonzert Wo sich jeder Einzelne wohlfühlen sollte Wo jeder Einzelne sich danach denken muss Oder kann Ich war auf einem geilen Fest Unter netten Menschen Und euch Wollen wir nicht und brauchen wir nicht Und deswegen Zuhause bleiben Ticket verkaufen Macht was ihr wollt Ihr kommt nicht rein Grundsätzlich Macht sich sinnvoller Relativ früh anzureisen Und nicht auf den letzten Drücker Denn wir hatten es bei der letzten Tour Bei der, was war das Club Tour Die Leute die jetzt Den normalen Gang gemacht haben Dadurch dass bei uns wirklich Harte Stränge Eingangskontrollen Durchgeführt werden Ist es besser Man reist früh an Und Probiert da irgendwie Sich in diesen Strom Der Verteilung Einzuordnen Denn ansonsten Kann es einem passieren Dass man irgendwie Wirklich erst nach Sechsten bis zehnten Litern drin ist Und verpasst die halbe Show Also es bringt Überhaupt nichts Da auf den letzten Drücker Sich anzustellen Oder Das ist auch so Ein kleiner Ratschlag Teure Hauchauflösende Kameras Fotoapparate Sind leider Gottes nicht gestattet Ist auch besser für euch Wenn sie weg sind Sind sie weg Wenn sie kaputt sind Jetzt sagen sie ganz bestimmt nicht Das ist noch was Ansonsten Spitze Gegenstände Der ganze Scheiß Braucht man drinnen nicht Ist auch nicht gestattet Halbkaraten Halbkaraten Abgenommen Ja ja Golfschläger Dortschläger Baseballschläger Alles weg Alles Komm schnell rein Im Großen und Ganzen dürfte das eigentlich alles sein Wir freuen uns auf die Tour Wir freuen uns auf euch Und ich glaube das wird Geschichte schreiben Das ganze Ding Das sind inklusive Zusatzshows An die 130 140.000 Leute Die sich insgesamt Zu Freiwilligkonzerten Jetzt in den nächsten paar Monaten Gesellen werden Und das ist Ganz ganz Großartig für uns Und wir freuen uns drauf Bis später Wir hoffen Wir konnten euch Ein bisschen weiterhelfen zuerst auf Wer nichts weiß wird alles Wer nichts weiß wird alles Wer nichts weiß wird alles glauben Lieder auf den Scheiterhaufen Als in Lügen zu ersaufen Als in Lügen zu ersaufen Das war Das war Das war Das war